Herzlich Willkommen, mein Name ist Peter Sturm und du hörst den Podcast Erfolgreicher Fotografieren. Hier geht es vor allem darum, dich weiterzubringen, zu motivieren, unterstützen im Bereich der Fotografie und des Fotobusiness. Viel Spaß dabei! In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie ich Gruppen fotografiere und vielleicht kannst du hier ein paar Tipps mitnehmen. Ich war letzte Woche mit meiner Family, Schwiegereltern, Schwager und so weiter, haben wir ein Haus in Italien gemietet, haben dort fünf Tage entspannt, Weinverköstigung gemacht, Sektverköstigung gemacht, also war super toll. Sonntag zurück, alles bestens, dann hatte ich am Montag den ersten Job und musste nach Frauenfeld, das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde von meinem Studio, von meinem Studio in Reinick entfernt, fuhr auf der Autobahn und auf einmal fangt mein Auto an zu stottern und musste rechts ranfahren und da ging nichts mehr oder fast nichts mehr. Ich bin mit 50 dann wieder von der Autobahn raus, in die Garage gefahren und kam dann darauf, dass so ein Rückführteil war defekt und das musste man austauschen bzw. bestellen. Und zuerst habe ich wirklich geflucht, habe einen Kunden müssen anrufen, wir müssen den Job leider umtauschen, hätte ich fast gesagt, verschieben und habe echt innerlich geflucht und gedacht, warum genau heute? Und eine Stunde später, muss ich sagen, war ich froh, dass es am Montag war. Blöder wäre es für mich gewesen, wenn es irgendwo der Fehler in Italien, irgendwo auf der Autobahn gewesen wäre, das wäre viel schlimmer gewesen mit der ganzen Familie drinnen. Ich bin von dem her nochmal mit einem blauen Auge davon gekommen, ist wieder repriert und ich kann wieder Vollgas fahren. Und ja, jetzt gehen wir mal zum Thema Gruppenfotografie. Und warum ich auf dieses Thema komme, ich mache gerade ein Video für die People-Fotografie von A bis Z-Teilnehmer, die den Kurs haben bzw. sie noch kaufen werden. Wie fotografiert man Gruppen? Und ich finde das immer sehr, sehr ein schwieriges Thema, vor allem wenn man am Anfang ist, man ist ja teilweise schon überfordert, wenn man eine Person fotografiert und wenn dann irgendwie 10, 15, 20, 40, 50, 60 Leute vor einem stehen und erwarten, man soll einen guten Job machen, dann kann es schon mal ein bisschen kribbelig sein. Dann ist die erste Variante, man trinkt zuerst ein Schnäpschen, damit man ein bisschen lockerer drauf ist oder man schaut einfach, dass man sich nicht anmerken lässt, dass man wirklich elendig nervös ist. Ich tendiere eher auf zweitere. Und ich habe bei den Hochzeiten zum Beispiel, wenn ich jetzt Gruppen fotografiere, da höre ich immer wieder, Mann, also das ist ja wirklich ein Profi, der sieht auch wirklich alles. Und ich finde, mach dir das zur Gewohnheit oder nimm dir, das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp, es kommt immer darauf an, wie kommst du rüber bei deinen fotografierenden Personen, in der Gruppe, Einzelpersonen, wie auch immer. Also wie sehen die dich, sehen sie sich professionell, sehen sie sich nervös, sehen sie dich unsicher und und und. Und was mir immer auffällt, dass es extrem gut ankommt, wenn man als Fotograf, Fotografin dementsprechend Dinge sieht, die eigentlich ein Hobbyfotograf, ein Amateurfotograf eben nicht sieht. Das bedeutet, ich achte immer darauf, okay, hat nicht einer von allen nur eine Sonnenbrille oben, sondern entweder alle oder niemand. Hat jemand ein Glas in der Hand, hat jemand eine Handtasche von der Schulter so schräg drüber, wo dementsprechend das Band nicht schön ist, hat jemand eventuell die Krawatte nicht passend, hat jemand versehentlich das Hemd draußen, hat die Oma vielleicht noch einen Stock in der Hand, wo sie vielleicht braucht zum Laufen, aber jetzt nicht fürs Gruppenbild und und und. Also das heißt, ich gehe wirklich von links nach rechts, gehe ich bei allen Leuten kurz durch, checke das durch, ich sage auch, du bitte den Anhänger in die Mitte, bitte den Verschluss der Kette, bitte nach hinten, also ich schaue wirklich auf Details, aber ich sage, wenn ich jetzt so 30 Leute als Gruppenbild-Süche habe, dann habe ich vielleicht eine halbe Minute höchstens für das zum Checken. Also ich fange links an, stehe daneben und scanne von oben nach unten, zack, 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 sage kurz, was sie machen sollen und erledigt. Jetzt geht es einmal darum, wo solltest du eine Gruppe fotografieren? Und bei mir ist es immer so, wenn ich jetzt, ich rede jetzt halt immer von Hochzeiten, einfach weil du dort sehr, sehr spontan flexibel sein musst, das gilt natürlich auch auch, wenn du Businessfotos machst von einer Gruppe oder Familienbilder machst, was auch immer, ich rede jetzt einfach von Hochzeiten, das kannst du eins zu eins auch übernehmen, auf andere Gebiete. Und bei mir ist es so, dass ich wirklich zuerst frage, okay, wie viele Leute sind Maximum auf dem Gruppenbild oben? Sind das fünf, sind das zehn, sind das 50? Und anhand von dieser Anzahl suche ich mir die Location. Das heißt, ich muss irgendwo eine Location finden, wo ich nicht wechseln muss. Das heißt nicht, ich kann nicht sagen, okay, bei fünf Leuten steht ihr hier und wenn dann die 50er Gruppe kommt, dann gehen wir ganz irgendetwas anders hin. Erstens passt es nicht mehr zusammen, wenn man zum Beispiel die Bilder im Buch haben möchte oder auf einer Firmenwebseite, was auch immer. Also der Hintergrund sollte gleich sein. Das heißt, ich suche immer den Hintergrund anhand der Größe der Gruppe aus. achte immer darauf, dass ich eigentlich immer im Schatten bin, wenn immer möglich draußen. Wenn es nicht geht, wenn es unterm Baum ist und es kommen so Lichtflecken aufs Gesicht, dann muss ich einfach dem Spend mit Blitzen zusätzlich nach arbeiten. Also das heißt, ich suche die Location zuerst, anhand von der Größe, anhand vom Licht. Dann stelle ich die Leute mal hin. Ich stelle jetzt nicht, okay, der zweite Onkel, der Braut muss jetzt links stehen und der muss rechts stehen. Ich sage einfach mal, steht mal hin und ich schaue immer, dass das Brautpaar selbstverständlich in der Mitte ist, dass wenn es eine Familie ist, natürlich die Eltern in der Mitte sind, wenn es eine Firma ist, dass der Inhaber zum Beispiel tendenziell in der Mitte ist. Also das heißt, einfach die wichtigsten Personen sind in der Mitte. Alle anderen einfach mal hin und dann fange ich an stellen und wenn es viele Leute sind, klar sage ich, die Großen bitte hinten, die Kleinen lieber vorne und dann fange ich an stellen. Das heißt, wenn ich jetzt links oder rechts zu viele Leute habe, dann müssen, sage ich, ihr drei bitte noch darüber, dann gehe ich nochmal kurz durch, dass ich wirklich alle klar sehe, das Gesicht komplett sehe und sage auch den Leuten nochmals bitte, achtet darauf, damit ihr wirklich auf dem Foto seid. Ihr müsst mich mit beiden Augen perfekt entspannt anschauen können. Das ist mal der erste Tipp, wo ich immer gebe, weil es gibt immer trotzdem noch Leute, die sich dann verstecken und du auf dem Bild, wenn du dann die Bilder auch anschaust, denkst du, nein, jetzt hat der Tab sich doch wirklich versteckt hinten. Aber ja, das gibt es, da kann ich nichts machen, aber wenn ich es vor allen sage und allen sage, schaut in die Kamera und jemand versteckt sich danach dann trotzdem, dann habe ich den Beweis, weil alle haben es gehört, dass ich gesagt habe, ihr seid auch dementsprechend ein bisschen selbstverantwortlich. Das heißt, ich suche den Ort, ich stelle die Gruppe und es wird dir vielleicht auch schon vorgekommen sein, das kommt sich einmal vor, dass du eine Gruppe machst und du denkst, jawohl, jetzt mache ich irgendwas Spontanes und Lustiges und nicht so 0815 und juhu und trallala und dann gibt es die Leute, die sagen, ach so ein Blödsinn, müssen wir das machen, das finde ich doch langweilig, bla 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 bla. Und auf der anderen Seite, wenn du sagst, okay, ich mache jetzt nur, ich sage, das Standard, das klassische Gruppenbilder, einfach alle stehen schön laut, schauen gerade aus, fertig, gibt es auch Leute, die wieder sagen, ja, können wir nicht was Lustiges machen, das ist ja voll altbacken und langweilig und ha ha ha, oder? Das heißt, bei mir ist es immer so, ich mache bei jedem Gruppenbilder immer zuerst ein klassisches Bild, immer, schaue dann ein bisschen, was sind das für Leute in der Gruppe, das heißt, sind das vielleicht alle Kollegen vom Brautpaar, oder sind das lauter junge Mitarbeiter in ihrer Firma, was auch immer, und dann, wenn ich ein paar klassische Bilder gemacht habe, dann mache ich auch irgendwie zwei, drei lustige Sachen, das heißt, ich sage zum Beispiel, springt mal, oder springt in meine Richtung, oder macht einen großen Ausfallschritt, oder, wenn es lauter Pärchen sind, haltet euch mal gegenseitig, also, nur, wie sagt man, nur zum richtigen Paar natürlich halt, logischerweise, und, das sind so Dinge, die ich immer mache, das heißt, ich mache immer klassisch, und dann versuche ich immer ein, zwei, noch ein bisschen kreative, lustige Dinge zu machen, wenn es nicht funktioniert, weiß ich immer, ich habe das klassische auf alle Fälle im Kasten, wenn es jetzt zum Beispiel nur Eltern, Großeltern drauf sind, dann bleibt es im klassischen, alles andere, versuche ich wirklich, ich schaue die Gruppe an, und überlege mir, was kann ich zum Beispiel machen, was kann ich zum Beispiel mit Utensilien, die sie vielleicht haben, vielleicht von einem Verein, oder von einem gewissen Beruf, wo man irgendwas machen kann, wo man sagt, okay, das passt dazu, und, so mache ich eigentlich immer, ich habe eigentlich pro Gruppe immer zwei verschiedene Varianten, bei einer Firma mache ich zwei, drei klassische, das heißt, es kann sein, dass ich sage, lass die Hände mal fallen, bitte, mach ein paar Wilder, dann sage ich, okay, gebt einfach die Hände mal ein bisschen an, dass ihr euch wohl fühlt, dann gibt es die Leute, die verschränken die Hände, die anderen geben die Hände in die Hosentasche, die anderen geben die Hände nach hinten, mache ich dort noch mal ein paar Bilder, dann sage ich, so, jetzt stellt euch mal ein bisschen mit mehr Luft auf, das heißt, nicht so komprimiert, sondern weiter auseinander, so ein bisschen cooler, lässiger, oder ich stelle eine Person in die Mitte, und dann die linke Seite, schauen alle ein bisschen Körper nach links, Gesicht schon wieder in die Kamera, und auf der rechten Seite drehen sich alle ein bisschen nach rechts, und schauen aber auch wieder in die Kamera, zum Beispiel, aber da gibt es ganz viele Gruppenbilder, wenn du auf Google suchst, Bilder, dann siehst du ganz, ganz viele Varianten, kleiner Tipp, drück dir vielleicht zwei, drei Bilder auch mal aus, gib es in die Fototasche, dass, wenn du dann vor Ort bist, dass du dementsprechend auch hier ein paar Ideen hast, von der Blende her, da gehe ich tendenziell Blende 11, Blende 13 bei Gruppenbildern, wenn du wenig Licht hast, und denkst, ach Scheibenkleisch, ich habe eine größere Gruppe, aber ich kann nicht so mit einer kleinen Blende fotografieren, das heißt, du kannst vielleicht nur Blende 5,6, oder was auch immer, und du möchtest doch so viel wie möglich, dass die Bilder, dass die Personen scharf wirken, erster Tipp, geh weiter weg, je weiter, dass du weggehst, und herzumstest du, ein bisschen mehr Tiefenschärfe kriegst du rein, das zweite ist, die Frage ist auch immer, wo stelle ich scharf, also eigentlich ist es so, wenn du jetzt zum Beispiel drei Reihen hast, und du hast eine gewisse Tiefenschärfe, dann hast du die Tiefenschärfe ja die Hälfte Richtung, also ich sage jetzt, du stellst jetzt in die Mitte von einer Dreiergruppe eine Person scharf, und der Schärfebereich, nehmen wir an, ist ein Meter, dann ist der 50 Zentimeter von der Person, die du scharf stellst, von dem Schärfepunkt, 50 Zentimeter nach hinten, und 50 Zentimeter nach vorne scharf. Das heißt, eigentlich sollte man ja sagen, oder machen, dass man immer die mittlere Reihe scharf stellt, damit dort dementsprechend die hintere Person, und die vordere Person dementsprechend noch scharf ist. Da wir Menschen, aber wenn wir Bilder anschauen, immer ein Bild schärfer finden, wenn die vorderste Reihe scharf ist, stelle ich immer auf die vordere Person dementsprechend scharf, und achte eben darauf, lieber Blende 11, Blende 13, oder noch eine höhere Zahl, also noch eine kleinere Blende, dass dementsprechend wirklich alle scharf sind. Und ich sage lieber, dann gehe ich lieber auf Blende, auf Isar 800, auf Isar 400, einfach, dass ich wirklich diese Schärfentiefe habe, und achte bei der Verschlusszeit, einen 125 Stell habe ich eigentlich immer, einfach, weil ich mich natürlich ein bisschen bewege, und ich mache circa 10 Bilder immer pro Gruppe, also ich drücke wirklich mehrmals ab, es gibt mal jemanden, der die Augen zu hat, der nicht schaut, der was auch immer, und wenn ich dann die Gruppenbilder abgebe, ein finales Bild zum Beispiel für Firmen, kann es auch mal sein, dass ich das Gesicht von Bild 1 zu Bild 2 in Photoshop kurz dementsprechend ändere, dass wirklich alles da passt. Und vom Licht her eben, ich habe schon gesagt, natürliches Licht, wenn ich mit Blitz arbeiten muss, wenn die Leute unter einem Baum zum Beispiel sind, wenn ich doch irgendwie von der Seite noch eine Sonne habe, dann mache ich es so, dann arbeite ich mit, je nach Gruppe, zwischen 2 bis 3 Blitzen, achte einfach drauf, wenn du jetzt, sagen wir, du hast jetzt 10 Leute in einer Reihe und da arbeitest nur mit einem Blitz. Dann ist das Gemeine, dass du ja in der Mitte, also dort, wo du den Blitz aufstellst, hast du ja heller, als wie am Rand. Das heißt, das Licht fällt dir ab am Rand. Das kannst du entweder im Photoshop oder im Lightroom dementsprechend anpassen oder eben, wie es ich mache, ich stelle lieber 2 oder 3 Blitze auf, dass die dementsprechend wirklich alle gleich stark eingestellt sind, den gleichen Abstand haben, dass ich sehr, sehr ein homogenes Licht auf der Gruppe habe. Wo du dir das Leben sehr, 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 sehr schwer machen kannst, ist, wenn du so fotografierst, dass das Licht von der Seite kommt. Weil wenn du Licht von der Seite hast, Sonnenlicht, vor allem oder auch, sag ich jetzt, Fensterlicht, wenn es im Innenraum ist, dann ist das Gemeine, dass du natürlich, dass die zweite Person Schatten geht an die dritte Person und so weiter. Das heißt, dass die Leute eigentlich die Hälfte vom Gesicht im Schatten und das aufzuhellen mit einem Blitz ist einfach ein bisschen aufwendiger. Also achte darauf, dass du entweder, wenn du die Sonne nicht eliminieren kannst, weil du nicht im Schatten kannst, achte darauf, dass das Licht, das Sonnenlicht am Rücken der Gruppe ist und da einfach dementsprechend entgegen wirkst mit der Helligkeit, dass du einen Blitz reingibst, zwei Blitze, drei Blitze, dass du dort dementsprechend wirklich ein tolles Licht dafür bekommst. Versuche auch immer ein bisschen lustig zu der Gruppe sein, Spaß zu haben, achte darauf, dass wenn Leute die Kinder zum Beispiel halten, wie halten sie die Kinder, sieht man nicht irgendwie einen Rock rein von den kleinen Kindern und was auch immer, einfach so Dinge, das ist dein Job, bevor du abdrückst, alles kurz checken, das geht aber innerhalb von einem Bruchteil von ein paar Sekunden, dass du alles nochmal gecheckt hast, 10, 15 Bilder machen, nächste Gruppe, nächste Gruppe und egal bei welcher Hochzeitsbesprechung, dass ich Gespräche führe, ich höre immer wieder, das lästigste, so jetzt habe ich das Wort, das lästigste ist für die meisten Brautpaare oder Gruppen allgemein, egal ob Firmen oder Familien, wenn der Fotograf elendig lang braucht, bis er endlich die Gruppe zusammengestellt hat und nein, du gehst nochmal links und das Outfit muss nach rechts und das, also versuch, so schnell wie möglich die Gruppenbilder zu machen, check aber eben, dass alles passt, achte auf das Licht, achte auf den Schnitt, mach mehrere Bilder, mach mehrere Konstellationen und dann siehst du, dann geht das wirklich sehr, 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 sehr einfach. Also ich habe bei Hochzeiten, wenn ich sage, okay, wir machen Gruppenbilder, dann kriege ich in der Stunde, ich sage jetzt, also 15 Gruppen auf alle Fälle her, also, ja, also ich sage jetzt drei Minuten, vielleicht pro Gruppe, Maximum mitchecken, mitstellen, mit zwei verschiedenen Dingen, also Konstellationen zu machen, die meiste Zeit braucht es immer, bis die Leute überhaupt mal da sind, von dem her. Und das wären mal meine Tipps für Thema Gruppenfotografie und wünsche dir auf alle Fälle viel Spaß beim nächsten Gruppenshooting. Ich weiß, das ist, also ich, ich mag Gruppenbilder eigentlich gar nicht, weil ich finde immer, da schauen alle auf dich, jeder macht, erzählt immer die gleichen Witze und trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, wenn man darauf achtet, dass du wirklich, dass die Gruppenbilder schön sind, das sind einfach Erinnerungen, die halten ein Leben lang. Also ich schaue auch meine Gruppen, Gruppenbilder anhand von der Hochzeit, von unserer Hochzeit. Ich hatte ja gestern, hatten wir Hochzeitstag, meine Frau und ich, 14 Jahre verheiratet, da haben wir gerade unser Hochzeitsbuch angeschaut und das sind einfach Dinge, da schaust du einfach wieder gerne rein und wenn die Gruppenbilder toll sind, dann hast du dementsprechend schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen. In dem Fall, ich wünsche dir eine schöne Zeit, schönes Wochenende, bis nächste Woche. Tschüss und ciao.